Hallo, guten Tag. Ich heiße Uwe Bahn, Bahn wie Verspätung. Und ihr hört mich immer auf der Olli-Antenne, und zwar jeden Sonntag von 12 bis 16 Uhr. Und wenn ihr alle Zugabe schreit, sogar noch länger. Ab wann ein Song ein Olli ist, ich finde, ein Olli ist ein Klassiker. Wenn jeder ihn mitpfeift, dann ist es auf jeden Fall ein Olli. Zum Beispiel... Das habe ich mich verspielt, aber ist trotzdem ein Olli. Ich finde ja, die alte Musik ist Musik, die vor allen Dingen Melodien haben. Also ich finde, in den 60ern, 70ern gab es viel mehr tolle Melodien. Also immer, wenn ich so neue Songs höre, habe ich das Gefühl, ich bin an einer Baustelle auf der A7. Das ist, glaube ich, der gleiche Sound. Also wenn wir die Leute tanzen können. Aber willst du wirklich schon um 9.10 Uhr zu Hause in der Küche tanzen? Also ich nicht. Lieblings Oldie, also ich sage mal Eagles Best Of. Die Eagles sind seit Jahren mein Soundtrack für jede Art von Urlaub. Ich fahre nach Florida, irgendwie nach Key West und höre Tequila Sunrise. Und mir laufen sofort die Tränen aus den Augen. Also die Eagles, das sind für mich wirklich Klassiker, die ich vor allen Dingen gerne im Urlaub höre. Und da ich nur Urlaub habe, höre ich nur die Eagles. Wenn mein Leben ein Song wäre, dann wäre es dieser Song. Nämlich Music von John Miles. Music was my first love and it will be my last. Das Motto überhaupt. Für mich und für viele andere auch, glaube ich. Oldie Antenne. Jetzt neu auf DAB Plus, im Web und mit der App. Oldie Antenne.